I am the Jochen and this is the Frühsport für Dienstag, den 14. Juni 2022. Schönen guten Morgen. WM-Qualifikation aktuell. Australien hat es geschafft. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Das war richtig spannend am Schluss gegen das Elfmeterschießen gegen Peru. Und das haben die Australien dann gewonnen in der Verlängerung des Elfmeterschießens. Nach 5 stand es immer noch unentschieden. Und dann hat der australische Torwart Redmayne, der extra eingewechselt wurde, für das Elfmeterschießen den entscheidenden Elfer dann auch gehalten. Das war schon ganz schön spannend, muss ich sagen. Und live auf FIFA Plus, wo es nichts kostet, wo man schön streamen kann. Und da kann man, wer es verpasst hat, heute gleich weitermachen. Denn wir haben ja immer noch ein Ticket offen für die WM. Aber erst sollte ich kurz noch erwähnen, dass die Australier damit jetzt in der Gruppe D mitspielen, treffen dort auf Frankreich, Dänemark und Tunesien bei der WM. Peru also leider draußen. Oder wir haben noch eine Entscheidung zu treffen, nämlich der letzte deutsche Gruppengegner wird noch ermittelt heute Abend. Wir wissen schon Spanien, wir wissen schon Japan. Und dazu kommt aber eben noch eine vierte Mannschaft, die die Gruppe dann voll macht. Und das wird heute ab 20 Uhr sein, entweder Costa Rica oder Neuseeland. Die spielen gegeneinander, wieder in Katar. Und FIFA Plus überträgt wieder live ab 20 Uhr. Und auch hier geht es notfalls bis ins Elfmeterschießen. Das werden wir dann herausfinden, wer es also dann letzten Endes sein wird. FIFA Plus, habe ich schon gesagt, geht auf FIFA.com. Und dann gibt es oben so einen Banner mit Link zu FIFA Plus. Und kostet nichts, braucht man nicht anmelden, gar nichts, einfach nur auf Play klicken und dann geht das los. Ich fand es heute sehr unterhaltsam. Nations League gibt es aber auch noch und zwar zum letzten Mal vor der langen Pause bis Herbst dann. Der vierte Spieltag wird abgeschlossen mit einem Füllhorn an Spielen. Keine Goalshörn natürlich, das wäre auch zu schön gewesen. Um 18 Uhr geht es los mit Armenien, Schottland und Moldawien an Doha. Und dann um 20.45 Uhr fallen sie nochmal richtig raus. Zum einen im ZDF Deutschland gegen Italien mit dem nächsten 1 zu 1, Fragezeichen, mal schauen. Und dazu unter anderem dann auf der Zone England, Ungarn, Niederlande, Wales, Polen gegen Belgien. Wir haben Ukraine gegen Irland beispielsweise, die Türkei spielt gegen Litauen. Und natürlich wieder ein Gigantenduell dabei, Lichtenstein gegen Lettland aus der Liga D. Das alles heute Abend auf der Zone. Wenn ihr Bock habt, schaut rein, die Nations League ist da. Zum letzten Mal nach 14 Tagen, also heute der letzte Spiel. Ich habe ja dermaßen heute alles verbrannt. Man sieht es auch richtig hier. Das ist alles knüllerot hier. Wir hatten ein Sportfest. Das heißt, ich habe dienstlich Leuten zugeguckt beim Leichtathletik machen. Und wurde dafür bezahlt. Geht es besser? Ich finde nicht. Normalerweise bezahle ich Eintrittsgarten, damit ich Leute bei der Leichtathletik sehen darf. Und hier war es quasi umsonst und Job. Schöne Sache. Aber den Sonnenbrand habe ich damit leider dann auch mitgekauft. Da habe ich noch Rasen gemäht. Dann fröhlich weiter in der Sonne. Oder war es dann auch egal. Aber naja. Muss ich durch. Ich schweife ab. Wir gucken zum Beachvolleyball. Apropos Sonne und Strand und Sonne. Wir gucken zum Beachvolleyball. Da haben wir die frohe Kunde, dass aus deutscher Sicht alle fünf Teams die nächste Runde erreicht haben. Genau. Ich würde mich ganz schnell jetzt wieder on the fly versuchen rauszufinden, weil ich nicht genau weiß, wann die spielen. Ich glaube, die haben einen Ruhetag jetzt, bevor es losgeht. Ich bin mal so frei. Ich gucke mal hier auf Sportdeutschland.tv. Habe ich das greifbar hier? Ja, jetzt zieht sich wieder. Ich sage schon, ich mache das nebenher so ganz. Ah, die Lucky Loser Runden sind morgen noch angesprochen. Ne, das ist ja wurscht. Sechzehntel Finale. Genau. Am Mittwoch geht es weiter. Richtig. Genau. Morgen werden Lucky Loser Spiele. Aber richtig rund geht es dann. Das ist aus deutscher Sicht interessant. Das heißt, die Gruppen Dritten, die nicht zu den jeweils vier Besten gehören, die müssen nochmal ran in diesem Lucky Loser Wettbewerb. Das findet heute statt. Aber die richtige K.O. Runde startet dann einen Tag später, also Mittwoch. Deswegen alles gut, was ich gesagt habe. Vergesst es einfach und ich mache mal weiter, würde ich sagen, mit Tennis. Da geht es weiter heute mit den Turnieren, die gerade laufen. Und zwar in Halle, die Herren. Das gibt es live auf euer Sport 1 ab 11 Uhr. Unter anderem heute mit Altmaier und Oskar Otte. Der neuen Geheimwaffe auf Rasen. Spielt gegen Kesmanovic. Altmaier gegen Kyrgios. Dann haben wir Damen-Turnier ab 11 Uhr in Berlin. Mit Niemeyer gegen Bencic und Petkovic gegen Muguruza. Und dann habe ich noch im Angelegen. Und natürlich auch noch ein paar Heroen früherer Tage. Im Doppel in Halle. Dustin Brown mit dabei. Wusste gar nicht, dass der noch spielt. Guck mal an. Dustin Brown ist noch drin. Spielt zusammen mit Dominik Stricker. Im Doppel. Gegen Iwaschka Rublev. Und in Berlin ebenfalls im Doppel. Sabine Lisicki. Auch da. Die Älteren werden sich erinnern. Spielt mit Bianca Andreescu. Hier auch im Doppel noch mit. Mal schauen, wer was übertragen wird. Also ServusTV ist eure Anlaufstelle für Berlin. Und Eurosport 1 für Halle. Wer Bock hat, kann ab 13 Uhr auch noch London Queens Club gucken. Auf Sky Sport. Basketball Bundesliga. Heute Abend geht es rund in der BBL mit dem zweiten Finalspiel. Alba Berlin hat das erste gewonnen gegen die Bayern. Heute gibt es um 19 Uhr dann in München das zweite. Das heißt, die Bayern haben die Chance zu Hause auszugleichen und die Serie wieder auf unentschieden zu stellen. Bereits in der Nacht jetzt gerade von Montag auf Dienstag das Fünfte. Nicht das Fünfte. Dort das Fünfte. Finalspiel zwischen Golden State Warriors und Boston Celtics. Ergebnis liegt mir jetzt noch nicht vor. Wenn ihr es schon wisst. Schön für euch. Ich weiß es noch nicht. Dann Fußball, Tennis, Basketball haben wir. Ich wollte was sagen, so Radsport Tour de Suisse. Da ging die gestrige Etappe nach einem Solo, eine flache Bergetappe, die am Schluss an Andreas Lecknesund aus Norwegen ging. Im Gesamtklass momentan die Top 3 unverändert. Da führt weiterhin der Brite Steven Williams vor. Maximilian Schachmann. Und jetzt stimmt's. Ich habe es zwar nochmal eben sicherheitshalber abgelesen, aber das ist richtig. Auf Platz 3 Andreas Krohn aus Dänemark. Und dann auf 4 schon Lecknesund, der gestern die Etappe gewonnen hat. 7 Sekunden hin und dran. Also generell alles Winsabstände noch. 4 Sekunden, 6 Sekunden, 7 Sekunden. Und dann 10 Sekunden hin und dran auch schon Fahrer wie Adam Yates oder Evendipol beispielsweise. Also da ist noch lange nichts entschieden bei der Tour de Suisse. Ich halte mich weiter aber auf. Dem Laufenden. So. Und dann, apropos auf dem Laufenden, bleibt eigentlich nur noch eins zu sagen. Nämlich laufend ist gerade noch das Finale bei der Premier League of Darts. Halbfinale-Partien waren beides klare Sachen. Da hat sich Cullen 10 zu 4 gegen Clayton durchgesetzt und Van Gerwen 10 zu 4 gegen Wade. Und jetzt im Finale wird Best of 21 gespielt. Das heißt, man muss 11 Lacks gewinnen. Und momentan steht es gerade 7 zu 6 für Cullen. Jetzt gerade Ausgleich. 7 zu 7 zwischen Cullen und Van Gerwen. Da gucke ich nochmal kurz rein, aber das wird noch ein paar Tage dauern. Äh, paar Minuten dauern. Ähm, wenn ich es dann vielleicht schon rausfinde, schreibe ich es hier noch in den, in den Titel, ins Titelbild rein. Ansonsten erzähle ich es euch morgen. Jo, morgen schauen wir dann auch wieder auf die Nations League. Vier Spieler werden dann rum sein. Und dann können wir mal eine Zwischen- und Revue ziehen. Sag mal Revue passieren. Das ist eine Zwischenbilanz ziehen. Mal gucken, wie es nach vier von sechs Spieltagen aussieht. Dann haben wir tatsächlich schon belastbare Ergebnisse. Und dann ist Frankreich heute wieder verloren. Hui. Da läuft es auch nicht so richtig rund gerade. Danke fürs Zugucken heute. Ich mache mir noch ein bisschen Aftersun jetzt drauf. Und dann hoffe ich mal, dass ich morgen nicht so eine Tomate bin wie heute. Wir schauen mal, was draus wird. Habt einen schönen Tag und danke fürs Zuschauen. Tschüss.